Meine Damen und Herren, wir haben ein Problem. Es soll ja regnen. Was machen wir denn dann? Naja, ich sage Ihnen, was wir machen. Wir nehmen den Schirm. Wie Sie den Schirm benutzen, ich glaube, das kriegen Sie alleine hin. Wann Sie ihn benutzen sollen, das analysieren wir jetzt mal. Ich habe mal eine Regel aufgestellt. Die Regel könnte heißen, wenn es morgen regnet, nehme ich den Schirm. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das irgendwie sinnvoll ist. Was bedeutet das mathematisch? Mathematisch ist es eine Implikation. Implikation. Aus A folgt B. A-Pfeil B. Ein Implikations-Pfeil. Links eine Aussage, rechts eine Aussage. A entspricht, es regnet morgen. B entspricht, ich nehme den Schirm. Sagt diese Aussage etwas darüber aus, was Sie tun sollen, wenn es morgen nicht regnet? Und die Antwort ist Nein. Sagt es nicht. Denn sie sagt nur etwas darüber aus, für den Fall, dass es regnet. Für den Fall, dass es nicht regnet, sagt dieser Satz nichts aus. Es gibt nichts vor. Er gibt nichts vor. Mathematisch gesehen können wir das analysieren über die Wahrheitswertetabelle. A-Pfeil B. Entsprechend der Bedingungen im Vorfeld der Aussagen A und B mit den Wahrheitswerten wahr und falsch zusammengesetzt, ergeben sich vier Fälle. Das heißt, A kann wahr sein, B kann wahr sein, aber auch A kann wahr sein, B kann falsch sein und umgekehrt falsch wahr und auch falsch falsch. Das ist völlig klar. Wahr wahr bedeutet in der Tat, es regnet morgen und ich nehme den Schirm, wunderbar, meine Regel ist erfüllt, alles ist in Ordnung. Wenn es morgen regnet und ich habe den Schirm nicht dabei, dann ist auch klar, dass meine Regel nicht erfüllt ist. Das heißt, ich habe falsch hier stehen. Aber wenn morgen es einfach nicht regnet, dann ist die Implikation einfach wahr, weil gewissermaßen ich ja nichts falsch gemacht habe. Ich kann ja nur etwas falsch machen in dem Moment, wenn A wahr ist und ich dann das Falsche tue. Das heißt ja, wenn. Was Sie mal ausprobieren können, ist in Ihrem täglichen Sprachgebrauch, ob Sie das Wenn-Dann so benutzen. Es gibt noch die Form der Äquivalenz, dort wäre es dann ein Genau-Dann-Wenn. Das ist aber was anderes, das kann ich Ihnen mal kurz zeigen. Wenn wir das hier ersetzen als Äquivalenz, dann haben wir hier den Doppelfeil, so ist es mathematisch dargestellt. Und dann ist es so, dass in dem Fall, das auch noch falsch wäre, der Rest aber in der Tat war. Nämlich genau dann, wenn das eine zutrifft, trifft das andere zu und umgekehrt, wenn beides falsch ist, ist alles in Ordnung. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, versuchen Sie es einfach mal, im Alltag so zu argumentieren. Wenn es morgen regnet, vergessen Sie Ihren Schirm nicht, aber wenn es nicht regnet, diskutieren Sie mal. Bis die Tage.